Hallo bei musikmacher.de, Nikola hier von NM Show 2013. Wir sind bei Ebanes, bei uns ist der Stefan vom Deutschen Vertrieb, Mindel Distribution. Stefan. Servus. Und zwar hier haben wir noch ein sehr spezielles Modell, das ist die AR-Serie. Die Modelle gab es ja früher in den 80ern schon, waren damals sündhaft teuer, sind auch heute, wenn man es auf Ebay bekommen will, auch extrem teuer. Und wir haben hier eine etwas günstigere Version aus chinesischer Produktion. Sehr hochwertiges Instrument, sehr edel mit diesen zwei materialischen Block-Inlays, das ist Mother of Pearl und Avalone. Wir haben ein sehr edles Binding an Kopf, Platte und Hals, super 58 Pickups, die ja früher auch schon sehr für Furore gesorgt haben. Eine sehr aufwendige Schaltung mit eben diesen 3-Wege Mini-Toggles pro Hamburger, Splitbar, Out-of-Face. Insofern wirklich ein sehr universelles Instrument, sehr edel mit diesem Binding. Wir haben einen super eingeladenen Mahagoni-Hals und Mahagoni-Korpus. Die Gitarre ist sehr leicht, was man eigentlich so nicht erwarten würde. Das Modell gibt es einmal mit Mapletop und hier haben wir eine Figured Bubinga-Decke. Das sind, finde ich, sehr interessante Modelle, auf jeden Fall mal auschecken. In Deutschland erhältlich? In Deutschland erhältlich ab Juni. Cool, danke Stefan. Danke. 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 Danke.